Bodies, bodies, bodies. Und ich verspreche, wir bleiben hier natürlich spoilerfrei. Der Witz ist aber, dass ich jetzt über den Film ein bisschen reden kann und vielleicht werden sich die ein oder anderen Bilder in einem Kopf regen. Und ich verspreche jetzt, wenn ihr den Film und den Trailer und so nicht kennt, das, was ihr euch vorstellt, wird dem, was im Film passiert, nicht nahe kommen oder sich nicht überschneiden. Im ersten Moment, wie gesagt, klingt das Ganze relativ simpel. Wir haben eine riesige Villa während eines Sturms und da haben sich eine Truppe, ja, Jugendliche sind es nicht mehr so, junge Twins, denke ich mal, eingefunden. Der Hausbesitzer David und ein paar Freundinnen, die sich dort zusammen aufhalten, eine Partynacht verleben wollen. Dann spielen sie ein Spiel, eben das titelgebende Bodies, 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 was eigentlich nur daraus besteht, dass Zettel ausgeteilt werden. Einer hat ein X drauf und ist jetzt der Täter, muss jetzt andere antippen, um sie umzubringen im Spiel und die Überlebenden müssen raten, wer es war. Also ein schlichtes Party-Krimi-Spiel. Das Problem ist, dass relativ schnell die erste echte Leiche vorliegt und dann natürlich die Frage im Raum steht, wer war es. Da kommt dann Misstrauen und Zweifel und Deuten und Sonstiges auf und so verdächtigt jeder jeden. Hier und da wird es dann einer weniger bis hin zum Finale. Und das klingt natürlich nach absolut schlichtem Teenie-Horror und das ist es nicht. Denn man könnte ja auch aus dem Vorspann schon einen Hinweis ziehen, nämlich der Film ist von A24 und ich mag die eigentlich nicht, weil sie eben irgendwie immer den Ruf haben, was ganz Besonderes zu machen. Und hier ist es ähnlich. Ich habe erst vor ein paar Wochen X gesehen, der war auch von A24 und von der Story her ja auch eigentlich ein reiner Horrorfilm. Ein paar Leute fahren auf eine Farm, werden dann nachher abmassakriert etc. Und hier geht es einfach darum, es ist kein Slasher-Film, sondern es ist vorrangig ein Wer-wars-who-done-it-Ding. Man möchte natürlich wissen, wer ist der Täter? Und das Ganze steigert sich in einen ziemlichen Exzess, wenn sich die Figuren gegenseitig verdächtigen, sich gegenseitig auf die Pelle rücken und so weiter. Es ist auf wirklich die Basis eines ganz normalen gängigen Films, aber auch wenn hier natürlich durch das Misstrauen, das hier einander geäußert wird, nach und nach auch die Beziehungen zwischen den Freundinnen, die es zumindest vorgeben zu sein, bloßgestellt werden. Es ist nicht irgendwie in Psycho-Thriller- oder Dramasphären abdriftend. Es hat ein paar brutale Momente, aber es ist letztlich kein Horrorfilm und wie gesagt, Slasher fällt so gesehen flach, weil die Frage, wer es war, steht im Raum. Letztlich habe ich aber trotzdem mit dem Film gleichermaßen ein paar Probleme, so wie ich ihn auch loben möchte. Loben möchte ich halt, dass er hier wirklich das uralte Konzept ausgepackt hat und etwas daraus macht, das ich nicht erwartet habe und auch gängige Klischees satirisch überhöht und den Film insgesamt völlig unvorhersehbar verlaufen lässt. Trotzdem habe ich Probleme zum Beispiel mit der Besetzung, also vom Spiel her sind die eigentlich okay, aber es ist eigentlich keine wirklich nennenswerte, mögenswerte Figur dabei. Die zwei Hauptfiguren Sophie und Bee sind nicht ganz unsympathisch, aber doch relativ verschlossen und die anderen, ich hatte ehrlich gesagt irgendwann Probleme mir Namen und Gesicht übereinzubringen, wenn es dann hier wieder heißt Alice war's und Max war's und David war's und was weiß ich. Ist ein Armutszeugnis für mein Kurzzeitgedächtnis, aber trotzdem. Und deswegen bleibt am Ende nicht der einfache Teenie-Slasher, den ihr erwartet, übrig, sondern ein schmutziger, nach Arthouse aussehender Film, der von, sagen wir mal, ab dem Eintritts der ersten Leiche bis zum Ende Hochspannung liefert. Und natürlich, ohne Spoiler, aber die Schlusswendung, wie sich das alles so ein bisschen entwirrt, ich fand die toll. Ich habe die so nicht kommen sehen und deswegen, ich bleibe dabei, dass der Film eine absolute Guck-Empfehlung ist, weil es ist ein in jeder Hinsicht ungewöhnlicher Streifen und trotzdem hat er mir gar nicht so gut gefallen und deswegen kommt er bei mir auf 3 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr den Trailer gesehen? Habt ihr Interesse an sowas? Und generell, wie findet ihr A24? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr mir immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!